55 Hopfen haben wir echt mehr als genug kann man das hier nicht machen wir das mal hier ein bisschen höher Arbeit Ändern 25% mehr ein bisschen schneller machen hier Leute Es gibt auch Items wo es auch besser wird müssen wir auch bald mit Items arbeiten Oh die Musik ey Nähmaschinen läuft auch nicht an Wir könnten doch hier eigentlich auch mal Achso wir haben ja hier auch für Nähmaschinen Brauchen wir ja nur Stahl hier Eisen und Holz Das müssten wir auch beides hier haben Ja siehst du Können wir eigentlich auch hier Nähmaschinen machen So Und so Zack Ist das Problem auch erledigt So Kohle siehst du Perfekt Stimmt Hier unten wollten Hopfen anpflanzen Müssen wir die zweite Insel auch beliefern mit allem Zeug Heute ist der Plan wie aus Ausrufezeichen Streamplan Das ist für heute Hier hast du für heute den ganzen Plan Oh Krankheit ist schon besiegt Nice Aber ich kann jetzt einmal letztes Mal noch sagen Morgens Brawl Stars Ging aber schnell Sehr schön Die Krankheit Mega Hier Kommt der Dings nicht hinterher So Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht Zack Jetzt haben wir hier auch richtig viele Häuser hoch gemacht Tausend Oha Wir wurden einander noch nicht vorgestellt oder Ich bin eine Touristin Eine Urlauberin Genauer gesagt Jetzt können wir auch die Pendler Kai machen Stimmt Wie schön sie es hier haben Jaja Jetzt sollte es wieder besser anlaufen Weil wir jetzt in der nächsten Stufe sind Jetzt können wir auch die Pendler Kai machen Das heißt wir brauchen Hier Keine Arbeiter mehr Theoretisch Das läuft ja alles an Schnaps Und Bier immer noch nicht Ja Bier bräuchten wir echt überall Wir machen mal hier eine neue Bierproduktion Mit dem Pendler Kai Ah Besucher Kai Ach Pendler Kai geht doch gar nicht Gibt es vielleicht einen Weg Einrichten sie auf einer belieben Getreidefarm Traktorenscheune Erweiten sie ihre Arbeitsanbaufläche Farm Ach das kann man auch noch machen ne Aber wie geht das Traktorenfarm Wie geht das Ah hier Traktorenscheune Und dann Ist das auch Dann machen wir Maschinen Maschinen Ich versuche jetzt in Subway-Servers Das ist mein Rekord zu schaffen Mach das Biggi Mach das Schaffst du schon Haben wir hier eigentlich auch Kupfer haben wir hier ne Theoretisch Siehst du Da brauchen wir aber hier Erstmal hier Stahlbeton Zementmine Hier ist ne Zementmine Schonmal Oh es ist so Komplexes Spiel So Zementmine Und dann Beton So Machen wir Beton schonmal Haben wir hier oben denn ne Beton Alles steht bereit Ah jetzt bin ich mal gespannt Achso das ist die Ähm Antarktis ne Nach Süden Nach Süden Glaub ich Na wir gucken mal Machen wir jetzt schon die Antarktis Mission Auf Zur Nordwest Passage Ja ja Ach scheiße wollte ich gar nicht machen Egal Schiff vom Stapel gelaufen Rettungseinsatz Haben wir noch ein Schiff Wir werden jetzt nicht mit Expedition Machen Doch hier haben wir noch eins Moral aber voll wenig Ich werde niemals krank Wir haben keinen Rum ne Rum läuft nicht Schade Aber geht auch Kartoffel oder Fisch ne Mal sehen wir mal kurz Haben wir auch nicht Ja glück Ja glück So Die sind voll im Minus ne Vollgas gibt es jetzt überall kostenlos ne Kannst du überall runterladen Auf Twitch Playstation Oder Epic PC Xbox Kannst du überall jetzt runterladen Was haben sie getan Was haben sie getan Machen wir mal ein bisschen langsamer Müssen jetzt wieder ins Pus kommen Irgendwie Rum und Pelz Hey warum läuft jetzt Pelzschmier Nicht an Wir haben jetzt hier Jagdlück haben wir mehr als genug Pelz Stoffe Stoffe 60 Brauchen wir unsere Pelze Hier Ich werde noch einen dritten hinbauen So Ah hier Handwerker fällen uns Oh man kann so schnell ins Minus kommen ey Wenn das nicht klappt hier ne So Ah jetzt sind wir wieder im Plus Okay wer weiß was jetzt wieder war Ah ja Pelz ne Und Rum Müssen mehr Rum machen Noch denn Brauchen auch Rum Und Sonnenbrüllen Wir schlingern ins Ungewisse Dornbring gibt es 25 Kupfer machen wir jetzt so Zink Zink brauchen wir Bitte Leuchten sie uns den Weg Aber mit der Passage warten wir aber nicht noch ne Machen wir jetzt noch einmal und dann warten wir erstmal Hab schon Schlimmeres gesehen So wir gucken mal jetzt hier oben Und Gang Naja Rum und Nähmaschinen laufen nicht an Nähmaschinen hotzen Klotz laden Hier Nebenklotz Entladen Eigentlich Nähmaschinen machen wir ja da jetzt ne Natürlich können wir jetzt Nähmaschinen weg So Annehmen Nähmaschinen machen wir hier jetzt auch Nähmaschinen Viste Ah die brauchen auch Nähmaschinen die großen hier Stahl fehlt uns Wir müssen nächstes mal irgendwann dann auch mal richtig sortieren hier ne Dann gib mal ein bisschen Stahl So Nähmaschinen zack Holz Haben wir Fisch Fisch So Jetzt machen wir mal ein Pendler Kai Wo kann man den Pendler Kai machen? Pendler Kai hier siehste Ah der braucht Beton Und Stahl Scheiße Beton dauert noch ein bisschen Na das läuft Leute das läuft Langsam aber es läuft So wir gehen mal jetzt rüber hier und gucken erstmal wegen rum Gucken wir mal wegen rum Gucken wir mal wegen rum Warum jetzt das nicht anläuft hier Zack Zucker und das hier ne Gucken wir mal Gucken wir mal Dann brauchen wir davon noch ein paar Unaufsprechliche Schrecken erwarten uns Jetzt warten wir damit Oh hier vielleicht Darf wir noch ein paar bauen So und Und Zack Zack Weil Davon haben wir ja jetzt genug ne Ja Super Depot So Sehr schön Schiff vom Stapel gelaufen Wo Du hast aber ein paar dicke Dinger Ich lege mein Schicksal in ihre helfenden Hände Ne Das wär wieder fast ne Falle gewesen Beendet Du regelst das und zwar endgültig Es ist nur ein kleiner gefallen So Die Leute gehen auf die Barrikaden Ach man Leute ey Seid doch mal nett zueinander hier So Keine Straßenanbindung So So Voll 300 So rum sollte wir anlaufen Willst du uns zuschauen? Ne So Sieht es aus mit Wolle Stoff Ist auch mehr als genug Stoff Stoff bringen wir ja noch rüber ne Ja Dreimal sogar ne Vielleicht hat man hier mal ein Clipper Router 1 Das ist Siehst du dann Clipper Router 2 machen Noch 3 Likes Dann gibt es Bonus Punkt Das hab ich ja vorhin schon gelesen Ne Jetzt hast du grad geschrieben Big Mac Ja Na mal gucken ob wir die noch voll kriegen Heute Ich glaube eher nicht bei Anno Gucken wir mal Hä Guck mal hier Clipper Router Der hat ähm Der hat ähm Der nimmt aber nur 60 mit rüber ne Warum nimmt er nur mit 60 rüber? Er hat doch hier alles voll Laden laden Er nimmt nicht alles mit rüber ne Neue Befehle Admiral Schiff vom Stapel gelaufen Clipper Router 2 machen wir noch hier Ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben Uff Na lass mal sehen Ein seltsam öffentliches Eingeständnis ihres Scheiterns So Clipper Router 2 Sie verwirren mich Achso der geht von da und nicht von dem hier Der holt hier Stoff Oder was? Ah hier holt der Stoff Warte mal Wo mache ich Stoff überhaupt? Baumwolle Hier ist auch Baumwolle Hier ist sogar mehr Baumwolle Ah da kann man ja auch noch ne Rote Hier Ähm So Wiste 1 2 3 Können wir hier auch noch einladen Von da Perfekt So So Ähm Nebenklotz Hotzenklotz Zack Zack Alle stehen bereit Ne jetzt nicht Über 2 2 Hotzenklotz Hotzenklotz Laden So Zack So Gut Ah hier macht er auch rum Ah hier haben wir auch rum siehste Deswegen läuft das noch nicht so an Nehmen wir jetzt 2 mal rum Und Aber jetzt läuft auch rum hier an Ok Wo ist die Rumroute? Hier Mal hier auch ein bisschen ähm Psst Schnell Schnell Hierher Nein Auch den noch dazu holen Zack Nehmen Nehmen Klotz Ne Jetzt ist hier doch kein rum mehr Achso Ach laden Hotzenklotz 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 Hier Laden Und da So zack Rumroute Das ist ne Fregatte Ok Annehmen Kann man ja da noch nen zweiten Schiff hin machen Ne Ein Schiff erster Klasse So Route 1 So Annehmen Ah jetzt holt er richtig äh Rum rüber Mega Sehr schön Na siehste läuft es wieder an jetzt hier richtig Alte neue Welt das kann ja auch dann Da rein Siehste Was ist das hier für welche? Also das ist die hier Bier Ok Ok Ja Sollte Sollte jetzt laufen Sehr schön Das ist Du Du Sollte Die Hörter Das ist Der 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 Zoom So nice Schiff vom Stapel gelaufen Wird zweimal geladen, ist auch mehr rum, perfekt Sehr schön, so Clipper Gut Das bringt uns den Traum, ich habe eine revolutionäre neue Idee Was, grobter Polizist? Alter So Oh, was ist denn hier los? Hier brauchen wir, äh, Stein So zack so na siehst du läuft doch aber langsam es ist echt anspruchsvoll hier so hier nord das lassen wir erstmal das hier machen wir gucken ob wir es schaffen es ist echt schwer diese ganzen expedition hier keine ahnung warum die nicht klappen mit den zwei dingern hier komisch da brauche ich bessere items da kümmern wir uns beim anderen mal drum wie sieht das hier aus rum sollte hier ankommen machen wir mal auf 80 wo ist da rum jetzt sollte richtig rum ankommen hier da kommt links da kommt rum siehst du da auch okay einmal klein einmal groß naja ist ja wurscht hauptsache das läuft so was ist jetzt hier los ach ja pendler kai wollten wir jetzt bauen ne 7 sind schon wieder minus ey ich hab nichts dagegen schnapps läuft mir nicht an die waffenruhe wurde beendet schon heftig was ja das brauchen schiff unter beschuss ich weiß die waffenruhe wurde beendet schiff unter beschuss sie haben recht gehen wir noch einmal in uns du findest das war ein sturm das war nicht reicht langsam mit dem angreifen hier schnappt es aus 56 hier ist die ich verstehe nicht warum die mal so viel saufen müssen hier ist eine polizei naja hier läuft immer noch nicht anscheinend ist das die scheiße ja wir müssen echt mal irgendwie hier items machen aber ich weiß noch nicht wie es funktioniert jetzt muss mal gucken kann man hier nämlich eine handelskammer hin machen das hier alle handelskammern zack hier hin ich glaube die brauchen nicht mal eine verbindung dann braucht man so ein perfektes layout und dann 120 ich kann leider keinen vollgeist bang lee macht doch nichts alles ist gut aber nähmaschinen das problem aber gelöst hier sind nähmaschinen perfekt ja ist jetzt egal nur hier nähmaschinen noch nicht sei froh dass du keins von meinen kleinen vögelchen bist hier reicht es noch nicht stahl fehlt hier kohle haben wir mehr als genug und hier haben wir 300 machen wir mal hier auf 250 haben wir aber auch noch 355 theoretisch verkaufen das warum verkaufen wir das wir verkaufen das bis 250 aber nur so mehr stahl wir brauchen echt einen pendler kai ne weil wir haben echt keine arbeiter mehr das hier ein bisschen ausgleichen irgendwie ist alles entwegt das hier ist nichts ganzes und nichts halbes so fuck gerade so es passt noch nicht ganz das hier ist das hier ist Vielen Dank.